Und jetzt Bungards L5H13 vs. Schneefräse ohne Schneefräse 411 vs. 406 Unimog Agrar. Schabbadabadu. Achtung! Die Schneefräse ist ziemlich hoch, weil vorne noch eine Tonne Schneefräse dranhängt. Normalerweise. Bungards Humorversion. 411. Expeditionsschneefräse. Off-Duty. Hinten drauf ist ein OM352A. A, glaube ich, heißt aufgeladen. Turbo. Ein super Ding. Bleut nicht. Wenn er heiß ist, Minimum immer noch 4 Bar im Leerlauf. Was sehr ungewöhnlich ist, finde ich. Ja. Oh, da ist die Schneefräse. Nicht mehr. Jetzt kommt der Bungards. Ja, da ist die Karre. Alles im Sonnenuntergang. Verdammt. Es war nur keine Sonne heute. Yeah. Morgen geht's ins Drummüos-Geländer. Hatakinski. Jo. Und tschüss. Jo. 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 Jo.